wunderschönen guten morgen liebe freunde der sonne herzlich willkommen zu einer weiteren let's play bitte 3 blood and wine mit praxis mir fällt gerade ein wir haben noch gar nicht den waldteufel uns angeschaut da müsst ihr auch einen eintrag bekommen haben da so sah dein gesicht aus aber er ist eine weiterentwicklung vom waldschrei würde ich sagen das habe ich gar nicht gesehen dass er so ein gesicht hatte ich sammelte bären wie immer um die jahreszeit und da bebt plötzlich die bäume und ich sah dieses dieses ding fragment der erzählung einer frau die aus dem wald zurückkehrte waldteufel sind eine unterart dinamonser die als waldschrade bekannt sind man findet sie in schwer zugänglichen waldbezirken mit wenig menschlichem betrieb normalerweise greifen sie nicht nur nicht unproziert an doch wenn man ihnen zusätzlich können sie fürchterlich werden und schaden anrichten der ihren beträchtlichen kräften entspricht ihr appetit ist größer als der von tausend hochzeitsgästen waldteufel gebieten über bestimmte pflanzen und sind untrennbar mit ihnen verbunden wenn sich jemand an solchen pflanzen vergreift er kriegt er es folglich mit dem waldteufel zu tun jetzt gucken wir mal wo der rest der plage hier ist über dieses quest hier abschließen bevor wir mit unserem kollege weiter ziehen es sind eine leckere gurke man der kampf war jetzt schon gar nicht mal so einfach gegen diese blöden monster er ist wirklich wieder gekommen nachdem die monstern besiegt waren nice vielleicht kümmere quest noch gar nicht ich hätte vielleicht erst mal rasten sollen weil ich habe quasi nichts mehr außer einmal den absurde das war also wirklich nur noch diese eine dieses eine monster also dieser 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 eine spinne da ist immer nicht von hier gekommen bin gerade total wird ja wir sind doch von hier gekommen sind wir gerade im kreis gelaufen sagen wir sind im kreis gelaufen ok ja dann holen wir uns jetzt erstmal die belohnung ab und naja genau das war richtig so dass wir die belohnung ab und dann machen wir die quest weiter von graf billet da aber es müsste ja trotzdem spannendes abenteuer für ihn gewesen sein wenn er da habe ich gerade verlaufen nehmen wenn er da jetzt mit hier unten war da ist noch mal die wache weg ich habe keine zeit für dich heute abend geht es zu den glöcknerinnen wieder blitzen die mädels können mich gar nicht erwarten gibt es was neues alles erledigt bin reingegangen und habe aufgeräumt den göttern sei dank und dir natürlich auch bist du schon lange in weinen eigentlich nicht um ehrlich zu sein ich wollte alchemist werden aber das genaue abmessen ist nicht so meins und jetzt mache ich in weinen das ist angenehmer man trinkt bei der arbeit und keiner beschwert sich verstehe nüchtern kann die welt bisweilen unerträglich sein ich wollte was kaufen vielleicht auch was verkaufen wahrscheinlich werden wir nicht die sachen verkaufen können die wir verkaufen wollen bei ihm denke ich zumindest so wie hieß das quibrit genau das brauche ich kauf mal also direkt sieben mal weiß gar nicht mehr hatte aber wir brauchen noch weiße möbel und für weiße möbel braucht man glaube ich irgendwelchen alt das gucken wir gleich mal nach ja wusste ich doch dass die sachen nicht kauft ich mache mich wieder auf den ach wenn ich nur wüsste was charakter brauchen auf jeden fall weiße möbel dafür weiße möbel kirschlick haben wir nur noch einmal ach so wir brauchen ja auch die pusteblume die haben wir noch nicht fällt mir gerade ein oder nicht oft genug zumindest brauchen wir noch zweimal schon lustig dass so eine total häufig vorkommende zutat dass die jetzt fehlt aber es ist ja egal gehen wir jetzt weiter und machen jetzt das quest von graf belital oh mal wieder ein wehkreuz schenkt man dem geräte der alten leute glauben so lebte an diesem ort einst die flüsterin eine waldhexe deren leidenschaft es war anderen zu helfen als sie einem gewissen ritter ans herz sah erblickte sie darin schwärze sie verweigerte diesem ritter ihre hilfe der ritter geriet und zorn und verbrannte die hexe bei lebendigem leib in ihrer höhle kurz darauf wurde er verrückt er behauptete eine seltsame flüsterstimme zu hören die niemanden sonst hören konnte die niemand sonst hören konnte und brachte sich um sehr schön auch die arme hexe vor allem wenn sie gute hexe ist so kommst du mal zum lager der panther ich glaube wenn ich hier mit plötzerei bin ich zu schnell sie sind ordentlich cool über diesen aufgabe recht umfangreich karte nach gibt es in dieser gegend panther ein grunzen und schnaufen wie von einem bären ich bin gar nicht scharf darauf einem bären gegenüber zu stehen ziehen wir weiter hörst du rehe schätze ich du hast ja ohren wie ein luchs ok also wir brauchen nur panther da will nur panther hörst du panther ich höre gar nichts deine sehne sind in meinen umlängen voraus ich muss mich auf deine verlassen soll ich jetzt gegen die kämpfe da sind sie doch was soll ich jetzt machen mit denen verdammte wilderer fallen offenbar wollten sie bären fangen stattdessen ist ein panther reingerannt schau ein junges hilfst du seiner mutter ich versuche es sie muss erstmal beruhigt werden sonst greift sie uns an brillant wie du sie befreist ein tolles bild und da heißt es hexer wären herzlos das hier wird damit auf okay ich habe vergessen dich zu warnen tut mir leid der paris die somat hat eine leuchte du musst wegsehen sonst blendet sie dich der paris die somat hat die tiere verstört wir verschwinden besser ich bin froh dass du auch so tierlieb bist und dann würde ich sagen entschärfen wir erstmal diese dummen fallen hier ja aber wer sagt denn dass das wilderer sind und keine jäger also jäger haben doch auch fein oder was ist denn da jetzt der unterschied verstehe ich nicht du hast für einen städter ja vielfältige interessen ich beschäftige mich gern mit schönen dingen weinen natur gemälde das leben eines hexers ist sicher eintöniger bei allem respekt das stimmt langweilig ist es aber nicht ich könnte mir nicht vorstellen tag ein tag aus mit den gleichen kreaturen zu tun zu haben hast du eine frau ja wieso fragst du nur so das weist gerald doch schon dass das eine frau hat also nicht gerald sondern dass dieser graf eine frau hat so riesen tausend füßler mit hilfe einer hexe sind da pst hörst du sind das diese äh riesen tausend füßler leben unter der erde im tunnel machen ein bestimmtes geräusch damit kann man sie finden das ist aber schnell der riesen tausend füßler monstern ist ganz deutlich das nest muss in der nähe sein da sind wir also dieser aussichtspunkt haupt nicht hier kriege ich kein gutes bild nach suchen wir dir einen besseren platz der außerdem sicher ist tritt vorsichtig auf riesen tausend füßler spüren die geringsten erschütterungen wenn sie aufwachen sind sie sauer hä woher weiß ich denn welcher platz richtig ist ich bin jetzt doch drinnen so dem platz hier scheint es recht sicher sicher vielleicht aber man sieht ja nichts na gut suchen wir weiter wie wäre es hier ich weiß nicht ist das nicht ein bisschen nah gut wir suchen einen anderen platz gibt ja auch noch einen mindestens einen der auf der karte angezeigt wird ich gehe mal ein bisschen abseits den resten nicht dass dann doch irgendwas rauskommt hier vielleicht der abstand passt und das licht ist auch nicht übel ja das ist genau das richtige also die mäster müssen wir trotzdem in die luft sprengen das ist ja ein auftrag also im fragezeichen dingens kannst du sie rauslocken kurzen moment ich muss nachdenken Vibrationen ich muss den Boden erschüttern ich versuche es mit einer Bombe oder einem Zeichen und du sieh dich vor und komm nicht näher ich soll die ja nicht umbringen hat er gesagt der erste haben wir platt gemacht die tausend müssen wir ja nicht umbringen ich danke dir das war einfach großartig jetzt können wir weiter ziehen sehr schön warst du schon das war einfach toll vielen dank jetzt habe ich noch ein anliegen ich will das balzverhalten der örtlichen faun einfangen das wäre ganz wunderbar in der nähe soll es ein paar exemplare geben wir können hingehen aber ich würde nicht drauf zählen dass wir sie beim balzen beobachten können die saison ist seit einem monat vorbei oh nein das ist schrecklich wie schade ich wollte doch so gerne sehen wie sie ihre herrlichen räder schlagen kannst du sie nicht irgendwie ermuntern oder herausfordern wie stellst du dir das vor womit sollte ich ein rad schlagen mir wächst so schnell kein frauenschwanz ich dachte eher an hexamagie angeblich kannst du niedere kreaturen beeinflussen äh ja ich kann es mal versuchen ich verspreche dir aber nichts herrlich ich bin schon zufrieden ich weiß nicht genau wo die pfauen sind aber ein jäger hat mir die wahrscheinlichen orte genannt ich markiere sie dir na schön auf zu den pfauen ich schätze mal danach ist der auftrag vorbei ok ich frage mich wieso pfauen meine meine tochter ist ganz vernarrt in sie es soll ein mitbringsel werden wir sind dicht dran halt die augen offen finde die pfauen spuren mit hilfe deiner hexersinne eine rumpfeder mit talg der pfau hat sie neulich abgeworfen ich kann dem talgeruch nachgeben dann finde ich die viecher ein hexer in aktion was für ein anblick das sieht doch gar nichts nur dass ich in irgendeine richtung lauf zumindest sieht er nicht das was wir sehen wo ist es denn jetzt so diese spur ist aber irgendwie sehr fein die kann man nicht so gut sehen finde ich das war manchmal schon besser ich glaube auch nachts kann man dieses rot besser sehen als tagsüber kann die pfaule auf jeden Fall schon hören Psst hörst du sie rufen einander fein dann ist es nicht mehr weit ich sehe sie doch oh wie hinreißend wenn sie jetzt noch ein rad schlügen mal sehen was ich tun kann such dir einen guten platz bereit wirke deine magie hexer sehr geil ach 3 oder was 2 3 ich bin gespannt ob man die bilder dann auch sehen kann es wird ein meisterwerk bitte lächeln oh nein wiesentausendfüßler verdammt wo kommt ihr her sie müssen uns verfolgt haben zurück was ist denn los ist doch gar nichts renn doch weg idiot renn doch weg stehe ich nicht rennt er nicht weg müssen wir ja doch einen umbringen schau nicht zu mir rüber schau nicht schau nicht schau nicht schau nicht der war auch neu der riesen tausendfüßler was haben wir denn da die faszinierend vielfältige flora und fauna Toussans hat auch einige unangenehme überraschungen zu bieten zu diesen gehören die riesen tausendfüßler sie sind nicht nur ausnehmend hässlich sondern auch noch eine gefahr für leib und leben ich kann nur jeden empfehlen sich von ihnen fern zu halten ein besuchen toussans einer der zahlreichen reiseführer von peterin safles riesen tausendfüßler sind gigantische insektoide monster die man an vielen orten in der welt finden kann besonders häufig jedoch in der erde von toussans sie koexistieren häufig mit klumaren mit denen sie eine monströse symbiose eingegangen sind riesen tausendfüßler ernähren sich von den kleineren kreaturen die den dung der klumare fressen die riesen tausendfüßler verfügen über einen starken chitinpanzer der sie fast vollständig einhüllt aus dem panzer ragen zahlreiche krumme gliedmaßen heraus heraus punkt aus dem panzer ach sagten wir schon die kreaturen können mit verblüffender geschwindigkeit in der erde verschwinden um kurz darauf andernorts wieder daraus hervorzubrechen haben sie ein opfer ausgemacht und kreisen sie es entschlossen bis sie nahe genug heran sind um zuschlagen zu können sie greifen hauptsächlich mit ihren mächtigen kauwerkzeugen an besitzen jedoch auch drüsen aus denen sie säure verspritzen können es ist vorbei das war knapp ich glaube mir reicht es für heute mit dem abenteuer so kann nichts passiert der ideale tag zu was für ein herrliches abenteuer hast du alles bekommen was du wolltest ja dann sollten wir ins lager zurückkehren schönes abenteuer hier habt ihr euren herrn wieder gesund und munter wir danken dir meister seht ihr jungs da war doch nichts dabei danke hexer dass du auf unseren lieben grafen aufgepasst hast der ausflug hat ihm ja richtig gut getan er ist wie ausgewechselt warte einen moment hier gerald ich muss meine börse holen damit ich dich bezahlen kann haben wir wirklich einfach gnügen ich bin nicht euer herr mir müsst ihr nicht hinten rein wie ausgewechselt wie ausgewechselt ging es ihm nicht gut davon hat er nichts gesagt was seine kleine Clarissa heißt sie ist vor zehn jahren vom pferd gefallen seitdem kann sie nicht mehr laufen davor war sie das herz des hauses sie hat jeden winkel mit freude erfüllt der graf hat sie oft auf seine ausflüge mitgenommen weil auch sie tiere so liebte jetzt bleiben ihr nur noch die gemälde die er von seinen exkursionen mitbringt entschuldige dass ich dich habe warten lassen es war ganz außerordentlich dich in aktion zu sehen es stimmt was man über dich sagt es war keinesfalls übertrieben du bist diszipliniert zuverlässig und verantwortungsvoll du wärst der ideale geschäftspartner für mich zu schade dass dich der weinhandel nicht interessiert vielleicht eines tages deine belohnung verwende sie klug wir haben doch wir haben doch ich hätte da noch ein weiteres anliegen in ein paar tagen stelle ich meine arbeiten aus nur für freunde es wäre schön wenn du auch kämst warum nicht wenn ich in der gegend bin wunderbar dann sehen wir uns bei mir ich bin bei einem freund solange ich in toussaint bin bei einem dorf namens franco lach ich komme vorbei bis dann warte bis morgen mittag und begib dich zum picknick ist das weit weg oh mein gott das ist ultra weit weg ähm was wollte ich sagen wieso kann man denn wieso kann man denn die die tochter nirgendwo mit hinnehmen nur weil sie nicht mehr laufen kann was ist denn das es gibt doch pferde und alles naja was soll's jetzt gehen wir natürlich nicht da hin sondern da hat man sich alchemie zutaten hier kannst du alchemie zutaten erwerben gehen wir da erstmal hin und ach so das ist der typ mit dem wir vor und schon ja also denke ich zumindest mal ach da ist in der höhle drin ja komm wir gehen jetzt zu der anschlagtafel noch gar nicht so weit weg man sieht schon hier von von hier aus das dorf aber ich würde sagen liken kommentieren abonnieren wenn es euch gefallen hat ansonsten daumen nach oben damit bei euch loben euer pax jetzt bis zum nächsten mal tschö tschö